O.K. 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 Welcome to the Hope Cajun Inc. from BOS Vienna. So, alle Teilnehmer mal auf Spielfeld bitte. Ok, kennst du die Regeln? Ok, erklär sie mal. Also unsere Rules. Natürlich ist hier BOS Vienna, unser Cage die Eröffnung. Wir schauen da ein bisschen, wir haben da genug Publikum, wir wollen noch Action sehen. Also, natürlich ist es auch ein bisschen Street-Style, ihr kennt das alle aus dem Park. Regel Nummer 1, Winner's Days. Ein Spiel dauert 6 Minuten. Es ist so, ihr habt die Möglichkeit natürlich Tore zu schießen, aber nicht nur normale Tore zählen, sondern ein Beinschuss, Gurkau, Erwurzen zählt natürlich auch als Tor. Die ersten Mannschaften, hoffe ich, wurden schon notiert und dann geht's in Kürze los. Viel Spaß! 13 Bis zum nächsten Mal in Kim La Spreche und bis zum nächsten Mal auf einmal. Hat dir ja Dinge? Was war das klar? Hermann auf weisen. Ein Ausgarn auf jeden Mal. Immer toll. Ich kann das GR Tripungsverdienste, dasi wir ja nicht machen, was war aber er hat mich hinter loading das Ger Text und alles mit16 Petition? Was ist ja des Rosenz receipt? Das war, dass wir euch haben Como hier nicht. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.